Und find this Einstellung in the Clary Mod Settings. Me too not don't. Ja gut, also wir nehmen heute mal wieder Dual Care mit Tim auf. Guten Morgen. Wenn dieses Video endet, wenn würden wir sterben oder wenn wir ne Runde verlieren, dann wird das ein kurzes Video bei unserem Sky Wars Glück. Es wird ein noch kürzeres Video, wenn ich nur 14 Blöcke hab. Hast du ein paar Dears im Tausch? Nö. Dann will ich mal ne Blöcke zurück. By the way, ganz zu Beginn kann ich noch mal sagen, der Typ hackt, der Typ cheatet. Nächste Runde. Der kriegt scheiße. I love Vincent. Achso, ja gut. Alter Mensch. Ganz zu Beginn der Episode. Oh, bravo. Tim, ich kann dir nicht helfen. Ja, ich bin tot. Digga, also ganz kurz zu Beginn der Runde, zu Beginn der nächsten Runde vielleicht auch. Ist so dämlich. Ist das Sky Wars, natürlich. Es muss dämlich sein. So, da ich diese Runde zumindest mal mein Anliegen durchbekommen möchte, schaut unbedingt auf meinem Insta, Twitter und Twitch vorbei. Soll sich lohnen, wie ich mal hörte. Wer ist hier jetzt Opfer, du Opfer? Du? I guess. Perfekt, Digga. Ich hab mir Dear Boots gemacht, weil ich nur vier Dears habe und hatte schon Enchanted Dear Boots. Ich möchte mir gratulieren. Danke. Corona sind jetzt dieses Jahr bei mir. Eins, zwei, drei, vier. Digga, ich bin neben dir, du Vollidiot. Nein, nicht zu. Okay. Typ hat ziemlich interessante Range, muss ich sagen. Ich fliege halt bis nach Mekka. Die Sache ist die, die springen jetzt wirklich. Ach ne. Tablettyp bekommt einen Report. KKK dürfte doch eigentlich ein verbotener Klartext sein, oder? Nur Jan ist jetzt offline, der war bis eben noch online. Also ganz kurz, Leute. Ich hab keinen Bock mehr, wir suchen eine neue Runde. Ähm. Warte, ich möchte mal eine Sache anmerken. Wir wollten gerade eine Runde mit Jan aufnehmen und Jan ignoriert mich einfach. Das finde ich ziemlich abgehoben. Ja. Aber Jan ist halt auch einfach abgehoben. Wenn du das Video siehst, was du definitiv nicht tun wirst, weil du meine Videos nicht siehst, warum bist du so abgehoben? Erklär mal. Null. Und wenn Mini Jan das Video sieht, dann sag Jan mal, er soll das Video schauen. Danke. Digga, ich check hier irgendwie gerade gar nichts. Ach so, übrigens, Typen kommen von hinten. Von hinten ist immer nett. Aufstehst du, ne? Ich hab nur einen Verb, hast du vielleicht ein paar mehr? Ich hab ganze null. Hast du ein paar mehr? Digga, ich hab, wenn ich sehen, die Spiele... Wenn die schon das Water playsen, hab ich schon keinen Bock mehr. Ja, genau, das wollte ich gerade auch sagen. Ja, junger Alter! Also, sorry, der Typ soll sich vergraben gehen. Ich hab von zwei Typen mit Drop abgefuckt, ich gönne es ihnen so hart. Ja, ausgleichende Gerechtigkeit dafür, dass unser, für die Gegner, für unsere Gegner hier am Start. Komm, I, komm, 1v1, real life. Digga, genau deswegen spiel ich kein Sky Wars, weil es viel zu retarded ist. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch gerne Like, Comment und Abo da, wenn ihr mehr Multicam-Stuff sehen wollt mit Tim oder generell mehr mit Tim. Oder nur mehr Multicam und Tim kann wegbleiben, das ist ja alles ne Option. Machst du alleine Multicam? Nö, aber keine Multicam und dafür bist du auch nicht da. Das könnte ne Bereicherung fürs Video. Nein, du hast gerade gesagt, ihr wollt mehr Multicam, aber ohne Tim. Ihr wollt mehr Multicam oder ohne Tim. Also entweder mehr Multicam oder ihr wollt Videos ohne Tim. So, ja. Digga, bist du lost. Gut, dass wir das jetzt auch geklärt haben. Ja, also dann, wenn ihr mehr Multicam-Videos sehen wollt oder Videos ohne Tim, mit unserer Dementer-Typ, ihr habt das auch nicht nochmal verwechselt, würde ich mal behaupten, lasst ein Like da. Schreibt ein Kommi, dass ihr das sehen wollt. Zeigt es mir mit einem Like oder mit einem Kommi. Oder mit beidem, das ist noch besser. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Falt mir auf Twitch, Insta und Twitter. Ja, Tim. Nein. Ich hab aus Versehen meine Ausnahmen abgebrochen, feier euch. Finde ich auch gut.